Das ist der Vogelangstruf mit drei Öffnungen, weil der Vogel, wenn er Angst hat, dann singt er ja nicht sein Frühlingslied, sondern dann kreischt er. Das kann man mit drei Stimmen besser machen als mit einer. Es ist ganz einfach zu handhaben. Man hechelt die Luft ein und aus und dann lässt man die Luft dann aus zum Schluss. Dann haben sie keine Luft mehr und der angenommene Vogel, der ist tot. Seltsamerweise reagiert alles Raubwild drauf, einschließlich Waschbär, Marderhund, alles. Es hört sich so an. Wer noch ein R rollen kann, der ist natürlich noch besser dran. Je schräger sich das anhört, desto größer ist die Wirksamkeit. Ein Klang, so echt wie die Natur. Holz- und Platinvernetzte Silikonringe bringen den natürlichen Klang für den Erfolg bei der Jagd. Perfektion durch Erfahrung. 40 Jahre lang habe ich alle lockeren Instrumente optimiert, um sie den hohen Anforderungen der Lockjagd anzupassen. Ausgereifte Instrumente. Alle meine Erfahrungen habe ich in die Fertigung eingebracht, sodass nichts mehr geändert werden brauchte. 60 Jahre Lockjagderfahrung in ihrer Tasche.